Hallo Freunde. So, dann wollen wir doch mal eine Runde Splatoon spielen. Der Sankampf. Herrschaft. Für die Leute, die es nicht wissen, wir müssen halt irgendwelche Zonen einnehmen und die kontrollieren. Also halt King of the Hill. Lala, da steht jetzt so viel. Man, so viel wollte ich jetzt gar nicht wissen. B drücken? Nee, kann ich nicht. So, let's go. So, und ich weiß, ich weiß nicht, was los ist. Also ich, das ist jetzt wahrscheinlich meine, meine vierte, vierte Aufnahme von Splatoon und ja, keine Ahnung, ich kann euch das nicht sagen. Ähm, bisher habe ich null Material. Die Festplatte wird immer voller, aber es gibt keine Dateien. Oh, ich habe schon irgendein Programm benutzt oder das Anteil mit den ganzen Ghost-Dateien und so'n Scheiß. Ja, aber es funktioniert einfach nicht. Und ich hoffe jetzt, dass es jetzt funktioniert. Lustig finde ich das natürlich auch nicht. Oh, da ist jemand hinter mir. Wie ne, über mir ist es. Oh, wo denn? Hm. 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 So, jetzt haben wir uns hier den Bereich gesichert. Mal schauen, wie lange wir den halten können. Den getroffen. Hm. Hm. Er hat mich erwischt. Ah. Was? Das können wir, oder? Wo denn? Oh, wie immer würdest du mich? Hm. Oh. Ho. Oh. 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 Ah. Bisher ist fast alles erfolgreich ausgewichen. So lange habe ich noch nie in dem Spiel gelebt. Jetzt sind Partien, wenn alle auch ein bisschen Suicide-mäßig in irgendwelchen Scheiß reingesprungen. Oh nein! Oh nein! Du siehst ja genau das meine ich. Du kommst an und bist gleich tot. Das ist mir in den hervorigen Partien nur passiert. Oh, wo ist er? Wo ist er? Nein! Ich erwische nicht! Ich erwische nicht! Doch, ich erwische nicht! Ich erwische nicht! Na, komm! Vermischt! Oh, 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 oh! Na! Ich habe mich schnell genug gedreht hier. Na, komm! Neue Sekunden! Oh, wir müssen deren Herrschaft stoppen. Sonst gibt es eine Verlängerung. Oh, was? Oh, nee! Komm, 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 komm! Stopp das, stopp das! Los, 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 los! Nein! Die gewinnen! Die gewinnen! Gegner führt und verloren! Ey, es ist unglaublich! Die haben nur gewonnen durch die scheiß Verlenkung! Das ist so bitter! Es ist so bitter! Es ist so bitter! Tja, Leute! Und das soll es jetzt gewesen sein! Für die erste Runde! Wenn ihr noch mehr so eine Action sehen wollt, wo ich wahrscheinlich öfter sterbe als jetzt, äh, sagt Bescheid! Gut, ich bin dann mal ab hier raus! Ciao!